hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Dorfleben Küste ich werde es starten ich habe es gestern schon gespielt das war für die zwei Stunden mal wieder voll gut rein das Ton ist eigentlich an ja also ich habe das gestern schon gespielt für zwei Stunden Ticket aber ich habe nichts gewonnen und übrigens es hat sich immer noch keiner gemeldet auf mein Gewinnspiel ich warte jetzt noch ein paar Tage also bis Montag und wenn bis dahin keiner geschrieben hat werde ich es verkaufen gut dann zack zack Karotte brauche ich für hier oben auch nicht brauche ich gar nicht mehr Kirschen verkaufen ich habe eine Kirche gut okay dann brauche ich was ist das Lavendel dann schauen wir mal ob wir Lavendel machen können zwei Stück da fertig fertig Lavendel Lavendel wo bist du da Lavendel eins drei fertig respiratik ähhm ähhmm ja was soll ich das noch hier machen keine Ahnung was ist das kostet 50 hg was für eine währung ist denn das hg ach das war das was man für geld kaufen tut das hier gibt es hier nicht etwas umsonst ich höre gar keinen sound warum höre ich keinen sound ist doch angeschlossen ja oder höre nur ich keinen sound komisch weiter erweitern ich muss noch level 15 erreichen dass ich das schaffen soll keine ahnung ja dann haben wir jetzt das ganze was ist das hier eine windmühle sieht gar nicht aus wie eine windmühle das hier sieht aus wie eine windmühle ach so da kann ich die gebäude kaufen ich muss noch die maschine heile machen ein fg das ist ein fg ach das ist fg mal schauen was ein hg ist ach so ja dann machen wir es halt so ja noch mal zurück zuerst fahrt man eins dahin und eins noch vogelscheuche dann heul da rein heul da rein kann ich alles in ein geschenk reinpacken ok lager ticker geräte ja ja was ist hier ach das war meine küche gewesen hier kann man einmal spielen ich bin warum habe ich keine windmühle gewonnen ja 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 dankeschön ein video gucken dann darf ich nochmal drehen und das alles ist noch nicht freigeschalten 23 23 35 18 ich bin glaub ich 14 war ich nicht mehr mit rau 55 xp erreichst du stufe 15 ja 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 na gut dann ernten wir mal das ganze zeug hier ab ja ja na gut dann ernten wir mal das ganze zeug hier ab Oder hier? Nein. Hier war Backen. Erstmal gucken, was da noch ist. Abholen. Kaufen, 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 kaufen. Nein, nein, nein. Wege kann ich machen. Fertig. Achso. Nur einmal draufdrücken war das. Ich habe einmal das Haustür gefüttert, ja? Ich weiß nicht, wie ich das wieder füttern kann. Ah, jetzt weiß ich. Einmal drücken, auf die Sischi gedrückt lassen und alles wegmachen hier. Einmal drücken, auf die Sischi gedrückt lassen und weg. Alles, alles, alles weg. Gut. Aber das ist jetzt ja auch geschafft. Wofür brauche ich denn Heubein? Alles, was ich nicht brauche, kommt jetzt erstmal weg. Die Wiener setzen wir mal hier hin. Was? Was? Geht doch. Dann bauen wir das hier auch noch um. Nach da. Fertig. Ich könnte jetzt den Superdünger gleich noch nehmen. Damit mein Lavendel schnell fertig wird. Ist das der normale Dünger? Ist das der normale Dünger? Das ist der normale Dünger. Und. Dankeschön. Das war der Superdünger. Super. Fertig. Jetzt können wir zu der Frau gehen. Verkaufen dann ihr zwei Lavendel. Fertig. Super. Also das sind immer die Tagesaufgaben anscheinend. So den ja nach vorne packen. Und. Ja, okay. Den kann man auch noch am Tag machen. So. Bleibt da. Bleibt er da. Die Schatztruhe nerven hier. Ja. Die Schatztruhe. Die Schatztruhe. Nehmen wir den Hund hier weg. Ach. Geht doch gar nichts hier. Alles zu dicht gebaut. So. Was ist der? Der ist Klee. Der ist Gurken. Der ist Gurken. Der Gurkenbüffel. Dann machen wir hier ganz einfach die Gurken rein. Da. Fertig. Die Bienen mochten. Auch Klee. Klee. Klee und Klee. Und Klee. Klee. Und Klee. Fertig. Und was haben wir hier noch? Maisgurken, Klee, Lavendel, Weintraum. Nimm mal Weintraum. Und dann kommt hier unten hin. Was kommt da hin? Mais. Mais hab ich auch nicht. Und hier... Klee, Lavendel, Kaffeebraun. Okay. Fertig. Hm. Habe ich hier noch? Oh. 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 Ja, ja, ja. Ich hab die Eier bei dem vergessen. Milch. Nee, 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 nee. Ich hab schon meine 10 Minuten fest fertig. Ich wusste auch jetzt nicht, was ich hier noch machen sollte. Weil ich hab hier... Keine Ahnung. Ah, da, ich hab noch zwei Sachen. Dann kann ich den abholen. Schön. Ich hab den Hund weggekriegt. Ach, schön. Hafer ist voll. Was ist das? Oh, das sind jetzt zwei Leute. Stimmung. Was machen die hier? Na egal. Lass mal die da mal rumlaufen. Keine Ahnung, was die machen. Auf jeden Fall hab ich noch eine Quest fertig. Gut. Das war's dann für heute. Ich verlasse das Spiel. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann rösten wir jetzt noch schnell das Ticket ab und... ...und...